Homeoffice ist die Bezeichnung des britischen Innenministeriums. In seiner Zuständigkeit liegen Angelegenheiten der inneren Sicherheit wie die Bekämpfung von Verbrechen, von Drogenhandel und Terrorismus sowie der Datenschutz. Ebenso ist es für den Grenzschutz und die Bekämpfung illegaler Einwanderung verantwortlich. Innenministerin ist zurzeit Theresa May, die Alan Johnson im Mai 2010 ablöste. Geschichte Am 17. März 1782 erhielten die beiden bis dahin bestehenden britischen Ministerien neue Bezeichnungen. Das bisherige südliche Departement wurde in Homeoffice umbenannt. Das nördliche Departement wurde ab diesem Tag als Foreign Office bezeichnet. Damit verbunden war ein Übergang aller inneren Angelegenheiten an das Homeoffice und aller Angelegenheiten mit Beziehung zum Ausland an das Foreign Office. Alle späteren britischen Ministerien entstanden durch Verlagerung von Zuständigkeiten aus dem Homeoffice. Weblink Website des Homeoffice und die Beziehung zum Ausland an das Homeoffice